Hallo liebe Leute! Heute werde ich sagen, ich habe was herausgefunden, ne? Also, dieser YouTube-Channel, ne? Der wird ab sofort sozusagen ein Spaß-Channel sein, ja? Also, ein kalter Scheiß. Also, ähm, ja und dann habe ich mir mal so überlegt, Facebook. Ähm, ich schreibe euch nochmal meinen Namen in die Beschreibung ein, könnt ihr mal reingucken auf Facebook, wenn ihr Facebook habt. Weil da werde ich zukünftig, ja, ganz schön. Ähm, let's play, weil ich hab, ich hab nochmal einen Tiss gemacht mit GTA. Und ich muss echt sagen, ich hab Fail-Ausnahmen gemacht. Und da hab ich mich bei den Künchen wieder hochgeladen und gesagt, totaler Quatsch. Hat das andere mal so jemanden verlöscht? Wicht du mal? Ja, schuld. Also, ähm, also Facebook wird mein Let's Save mal, ne? Ich will jetzt halt mein Let's Save mal, ne? Ich will jetzt halt mein Let's Save mal, ne? Ich will jetzt halt mein Let's Save mal, ne? Ich will jetzt zum Beispiel mein Chaoten-Channel, beispielsweise. So. Also, ähm, dann mach ich halt wahrscheinlich ein Let's Save. Und schaut doch mal rein, ähm, auf Facebook, auf den Namen. Schreib's euch unten mal. Schreib mal, hab ich schon gesagt, blablabla. So. Ja. Dann würde ich sagen, ich nehm jetzt was aus und lasse es dann auf Facebook hoch. Und wäre echt nett, dass ihr abonniert. Ja, ich brauch echt fast Abonnenten. Nein. Ja. Ähm. Ich werd natürlich, also ich sag jetzt mal meine Reihenfolge, was ich jetzt sehen werde. Also, ich mach, ich... So. Ähm, ich wähle jetzt... Also als erstes natürlich GTA San Andreas. Danach. Ich hab mir da was. Danach zocken wir, ähm, Minecraft. Aber ich weiß es nicht, weil es nicht so ein Mikro platziert. Ich hab schon mal was ausgenommen. Das war total scheiße, ne. Kann ich echt sagen. Und dann Frank's Counter Strike auf Facebook, weil... Ich hab mir keinen Bock mehr auf die Counter mehr. Also ich... immer... Zombies verweilen. Und dann... Ne. Ne. Das werden wir ja sehen. Also heute kommt... Wuuuuiiii. Let's say... GTA San Andreas. Das... Volk ist rein. Muuuuii. 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 Natürlich... Ja. Ich wette dann... Muuuuii. 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 Spanns. Dasouxeiii. Muuuuii. 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 Muuuui. Muuuuhi. Muuuui. Muuuuhu. Dann... Sien... Muuuuii. für uns bei Let's Play. Also, dann und rein. Wir sehen uns.